So, neuer Tag neues Glück. Heute startet mein Tag auf dem Moped vor dem Solarladen. Ich frage mal, ob die sogenannte Y-Verteilerkabel mit MC4-Anschluss haben. Solar-Fanels, wo... ...gegert es. Jetzt habe ich sie verschreckt. Good morning! Welcome to my vlog! W-Adaptors. Ja, aber das ist mit 4 Connectors. Und ich brauche vielleicht mit 2 oder 3. So, dass ihr das nicht habt. Und hier, Ronald, das ist für dich. Du hast gesagt, es sieht aus wie mein Gerät. Das ist aber das sogenannte Wurstername. Ja, ich habe, ich verstehe, es sind nur 4. Uh, das ist... Blu-Eti. Wie viel ist dieses Blu-Eti-Device? Was ist der Name? 75. 75? Key. Okay. Ich frage, ob sie so auch ohne Solar-Fanel verkauft, aber dass sie weiß es nicht. Ich habe die Kabel gekauft, bei den Damen und war sogar günstiger als im Internet. Aber jetzt regnet es draußen. Gerade die Katzenhoffnung an meinem Moped. Die riechen natürlich den Fisch. Oh, die haben schon reingepissen. Der Sack. Gott sei Dank. Eikämpf. 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 Reinald, was ist mit dir? Du bist heute ein bisschen grumpy. Eikämpf. What's the reason? Hi Reynold, die Leute haben jetzt Musik und Power und Licht. Lass uns die Musik spielen? Ja! Spiel Musik, los geht's! Ah, sie wissen nicht, wie es funktioniert, aber sie werden es finden. So, jetzt haben sie die Musik da oben. Sehr gut!